So Freunde, ich bin beim Videodreh Smokey und Blockmonster. Rako, wie heißt das Song? Gewaltbereit. Statement. Gewalt ist auf jeden Fall nicht gut. Sie wollen sich auf jeden Fall nicht tolerieren und immer gegen Ankämpfen. Am besten mit Faust. So, hier haben wir den großartigen Dominik Kremer, der dreht Videos. Danke, die Klausel zu trinken. Genau, nur deswegen habe ich das gesagt. Können Sie bitte die Kameras hier ausmachen? Das ist Drehset. Und ich möchte nicht, dass hier irgendwelche Sachen geleakt werden. Hier. Ich glaube, der junge Mann sieht schwarz. Ja, ich glaube auch. Du siehst schwarz. Und DJ Reeve, du. Den kenne ich schon überlange, Alter. Also, wenn ich sage überlange, meine ich... Seit 89. Nein, Quatsch, seit 99. Und das Ding ist so... Wann waren wir das erste Mal unterwegs? Das war 2004. Ey, guck mal hier, sieh es. Sorry. Klassen treffen, Alter. Wir haben ganz viele Sachen gespielt, zusammen viele Shows. Du hast ein Lärmchen 14 Mal erlebt, auf jeden Fall. Fucking 20 Jahre, Dicke. Geht gar nicht, weil ich bin der Grapper 25. Jaaaa. Du möchtest, du möchtest, ja. Jaaaa. We talk the same slang. Egal was er sagt, ich weiß Bescheid. Egal was er meint, ich bin bereit. Ich bin gefällt bereit, provoziere Streiterei. Reite ein, Scheiße nein, profiliere Schreie. Denkst du, das macht der. Das macht der. Das ist das Telefon von... Selbstverliebt oder Selbstverliebt? Hey, das hab ich gesehen, Herr Schwarz. Immer noch, wie du drehst, Blockmonster. Schaust du auf mich herab oder was? Okay, cool. Hat jemand ein Messer gerade bei? Ja. Ich wünsche dann die Kacke davon ab. Ich mach meine Hände sauber, weißt du? Das ist zu viel. Es kommt immer so ein Schwapp raus, Dicker. Basketballplatz und Cross-Pass. Schöne Schweinerei. Cross-Pass. Da gehen alle weg. Okay, machen wir jetzt. Die Ersatze ist auch noch verliessen. Oh, stimmt, Alter. Ich kann mich daran erinnern. Oh, das war scheiße, Alter. Guck mal, äh... Ich will es frissen, Alter. Danke. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn es juckt, kann ich nicht kratzen, Alter. Hast du auch ziehen, Alter? Nee, danke. Ihr schiebt rein. Brauchst du das jetzt noch, oder? Das ist Teamwork hier, Dicker. In Teamwork. Halt mal, halt mal bitte ganz kurz. Hier, auch rein rein, die Scheiße, Alter. Königskrone, Alter. Jetzt noch einmal Teamwork. In Teamwork. So, warte, okay. Pass auf, pass auf. Wem gehört das Weed? Er ist von mir. Ja, geil. Der macht so etwas. Super, Alter. Das ist auch von mir, Dicker. Bei der Kaffeekaste. Das war gut, Alter. Für Tupac, Alter. Auch für den, Alter. Kriegst du das noch, Alter? Was meinst du? Na, aber so, Sachen nennen. Was? Was? Jetzt ist doch nicht mehr witzig. Achso, nee. Was hast du denn da? Bei mir sind die Argumente. Tschin, tsching. Yeah. Wir sind Soldaten. Ihr seid Soldaten? Das ist, äh, ja doch. Ja, nee, will ich aber nicht. Schwer. Hast du mal die Kinder nach vorne? Ja. Bravo, nach vorne. Nice. O, bist du hier am Start? Mit Devo. So, wer will sein Gesicht in der Mitte nicht haben? Ja, ich kann aber halt, was? Devo bist du bei mir. Ja, ich weiß nicht. 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 Es ist emotional an den Hand happy. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. RIPTOOLS Vielen Dank. Oh Gott, Mann. Oh Gott, Mann. Pow, dick!